Musik 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 Es gibt sogar den Dingfahrer Scheißhaut Mopo 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 Konto pieces Musik Ich würde echt schon gerne testen. Im schicken Sackhoff, was ist das wohl für ein Material? Ich trage Dinge, von denen ich keine Ahnung habe. Wir verteilen diese Bingo-Zettel. Bingo kennt ihr ja grob. Es sind nicht Zahlen auf den Zetteln, sondern Antworten. Wir haben da gleich Fragen hier oben auf der Wall, wo jetzt gerade noch die zwei Bingo-Frauen sind. Die Bingo-Omas. Da sind Antworten. Und die Fragen dazu. Die Antworten sind auch von den Zetteln. Die Fragen stelle ich. Ich sage euch dann noch mal nach einer gewissen Zeit auf die Antworten, falls ihr es nicht wisst. Also kreuzt nicht sofort. Das war nicht so. Achso, da sind es einfach nur die Stühle. Okay, das ist gut. Das ist ein Gaming Solfer. Okay. Das ist die erste Solfer für Gamer. Ja. Also, wir haben eine Gaming Table mit einem Cooling Case und einem Monitor in einem Set. Das heißt, das ist die perfekte Setup. Okay. Das ist für unsere Brand. Das ist für E-Blue. Ja. Das ist für 201. Das ist sehr cool. Ja. 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 Achtung! 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 Weißfarge! Weißfarge oder Weißfarge? Weißfarge! Musik 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 and Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Es ist das einzige direkte Aufeinandertreffen im Wahlkampf. Angela Merkel gegen Martin Schulz. Sonntagabend gibt es das große TV-Dom. Super, also einen ganz großen Applaus. Das habt ihr fantastisch gemacht. Ganz lieben Dank, dass ihr diesen Spaß mitgemacht habt. Ihr bekommt beide von uns Karten für unseren Weltballon. Jeweils zwei Karten, also Sie können gerne noch jemanden mitnehmen. Herzlichen Dank, viel Spaß noch auf der IFA. Mein Kollege kommt gleich mit den Karten. Konrad, auch dir. Super, danke, dass du mitgemacht hast. Du sahst fantastisch aus. Noch fünf, sechs Jahre, da läufst du uns den Rad auf. Ich schwöre es dir. Also, du bekommst deine Karten jetzt gleich von meiner Kollegin. Vielleicht nimmst du die Mama mit. Und dann wünschen wir dir viel Spaß beim Blick auf Berlin. Ja, und Sie, meine Damen und Herren, dürfen jetzt gerne auch noch ein bisschen weiter Fernsehen ausprobieren und anpassen. Und zwar in unserer Greenbox. Das heißt, auf der anderen Seite unseres Standes geht es dann jetzt gleich weiter. Wenn ihr das jetzt gleich mal ausprobieren wollen würdet, komm einfach zu mir. Wie heißt du denn? Ich. Eddie? Eddie mit N hinten. Eddie ohne M. Super. Also, Eddie ohne N. Du darfst einmal die Stüchen ausziehen, bitte. Und dann darfst du dich gleich in die Mitte hier reinstellen. Lass sie einfach stehen. Das ist auch gut. Genau. Kommst du mir? Nein. Wo würdest du denn gerne hingebiegen werden? Auf den Mond. Super. Dann bereiten wir jetzt einmal den Mond für dich vor. Also, das Prinzip einer Greenbox ist, dass die Technik alle das erkennt, was grün ist und es automatisch ausschneidet. Und dann den richtigen Hintergrund dahinter spielt. Das heißt natürlich auch, du dürftest jetzt nichts Grünes anhaben, sonst hättest du nämlich keinen Oberkörper mehr. Also, wir richten dich jetzt einmal ein. Von der Größe, ich glaube, das passt. Dann gehen wir auf den schwarzen Bildschirm. Ich zähle runter von 3 auf 1. Und dann laufen deine 30. Zuprunden. Wow. Haben die eine ganze Halle genießt? Wow. Das ist riesig. Ja, du machst es nach oben, ne? Vielen Dank. Sehr schön. Heinz, wie gibt's die kostenloser Artur? Mach das mal. Mach muss ich? Ja, mach das. Zieh jetzt die Hose runter. Willst du nicht auch, was die Hose runterziehen? Genau. Du kannst ja auch gerne die Hose runterziehen. Heute wird mal der Popo rasiert. Eins macht es ordentlich, das Kopf nischt. Schöpfe. Schöpfe. Das war wahnsinnig. Wir haben hier eine neue Lautsprecher-Testung gemacht. Vielen Dank für's Zuschauen! Vielen Dank für's Zuschauen! Vielen Dank für's Zuschauen! Vielen Dank für's Zuschauen! Let's move on swiftly from that exercise! We got some new contenders! Okay? We got the Looners! We need somebody to play against the Looners! Who would like to play? Would you like to have one of them a microphone dranbleben? Auf die richtigen Höhe? Oder haben wir hier auf den Weg? Weißt du also, ich hab auch das Gefühl, die Küchengeräte mittlerweile, die sprechen ja miteinander, ne? Darf ich auch untere Sachen erzählen? Ich glaub, die quatschen einfach zu viel. Wenn ich die alle in meiner Küche hätte, sind die schlauer als ich. Ich weiß gar nicht, ob ich das zulassen möchte. Und da hat sich ein Stück Apfelschale reingekariert, in diese kleine Glocke, und dann ist das Ding explodiert. Zum Glück war keiner in der Küche, aber wir mussten danach endlich wieder mal kapazieren, also... Ich hab ein gerüchtetes Apfelschale von dir, oder? Naja... So, man mache eine Discobeleuchtung in eine Spülmaschine und man sehe nur Männer drum herum. Fantastisches Bild! Guck mal, Misfit! Haha, siehst du? Da haben wir es doch! Komm in den Misfit-Tunnel! Ja! Das ist ein bisschen groß! Juhu! Schon hier? Das ist bei Gafi! Unsere schönste Ibiza-Erinnerung! Wie war das? Tom Tom Matlamakke! Unser links- und rechts-orientierter Freund! Unser links- und rechts-orientierter Freund! Ich seh überall nur Pink! Was ist das? Wir sind im Babiland! Jetzt werden nur die Einhörer das Glitzer! Jetzt werden nur noch die Einhörer das Glitzer! Wagen, die wir nicht zu sehen! Ich habe doch nur noch die Einhörer bekommen! Nein, ich habe es doch einfach an! Was hättest du? Ja, das sind Bundeswaffen! Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, es tanzt. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020